Die US-Sängerin Miley Cyrus war offenbar an ein Bett gefesselt, während ihr Haus in Malibu aufgrund eines Waldbrandes in Flammen stand. Cyrus drehte eine Episode für die Netflix-Serie, Black Mirror. Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt. Besonders makaber sei die Tatsache, dass die Serie in Südafrika aufgenommen wurde, die Folge aber in Malibu spielte. Es war also ein echter Trip, fügte Cyrus hinzu. Sie habe aus diesem Grund jahrelang an Panikattacken gelitten. Die Amerikanerin und ihr damaliger Lebensgefährte, Liam Hemsworth, verloren ihr Haus im November 2018. Untertitelung des ZDF, 2020